Kein Blatt vor den Mund. 200% Real Talk. Sonst kennst du doch nicht die Welt, in der du lebst. Ich möchte die Erde kennen, auf der ich möchte wissen, was hier los ist. Das ultimative Ding, was du machen kannst, um deine Welt zu verändern und ein glückliches Leben zu leben, ist hier reingucken, in dich reinzugucken und dich nicht ablenken zu lassen von dem ganzen Scheiß, der in der Welt abgeht. So, weißt du? Ich sag euch ehrlich, würde mich jetzt jemand auffordern gehen in den Krieg, ich würde den sofort in die Fresse hauen. Sofort. Warum ist der so abgefuckt? Ich hab auch gar keinen Respekt mehr, weil genauso wenig wird mir Respekt entgegengebracht. Ihr bekommt Geld von uns. Ich bekomm kein Geld von euch. Im Gegenteil. Ihr habt noch große Fresse. Und jetzt habt ihr endlich mal die Scheißfresse zu halten. Das ist keine Volksverhetzung. Ich fick eure Gesetze, die ihr aus... Yo! Weil wenn du mehr dich auf Liebe konzentrierst, wirst du auch wieder mehr Liebe in dein Leben bekommen und du wirst mehr Liebe in der Welt kreieren. Umso mehr Hass du in dir trägst, umso mehr du abgefuckt bist auf die Welt und auf die Dinge und auf Politiker und auf was auch immer. Umso mehr Hass wirst du in dir tragen, umso mehr Hass wirst du auch wieder in die Welt tragen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein auf süß. Und zwar von Kianusch. Kein Blatt vor den Mund. 200% Real Talk. Statement. So. Haben mir die Leute im Chat reingeschrieben, dass ich mal kurz da reinschauen soll. Und der Cutter von Kianusch ist auch gerade bei mir im Chat. Und sagt, lass dich überraschen, Bro. Wir haben überlegt, ob wir das hochladen sollen oder nicht. Und wie ihr wisst ja, ich liebe Kianusch, Digga. Bester Mann auf jeden Fall. Deswegen gucken wir uns das mal an, was der Brudi für einen miesen Real Talk hier rausgehauen hat. Lass einen Daumen hoch, da schreib einen Kommentärchen. Abonniert den Kanal. Verbreitet den Kanal, Alter. Und los. Wer sowas ignoriert, Bruder, der lebt echt in einer Traumwelt. Ich sag dir ehrlich. Wer keine Sorge hat oder sich sowas nicht anguckt oder wer das ignoriert oder so tut, als wäre das überhaupt nicht so von Wichtigkeit, der lebt absolut in einer Traumwelt. Über was redet der? Also wer was ignoriert? 100 Prozent. Du musst doch wissen, was auf der Welt vor sich geht. Jeder muss das tun, was er amazing findet. In der du lebst. Sonst kennst du doch deine Welt nicht. Sonst kennst du doch nicht die Welt, in der du lebst. Ich möchte die Erde kennen auf der... Ich möchte wissen, was hier los ist. Ich habe ein Recht darauf, weil ich ein Mensch bin von dieser Welt. Ich habe ein Recht darauf und ich will meine Augen nicht davor verschließen, Alter. Was soll der Scheiß? Ich ziehe jetzt auch kein Trikot an und lege mich hier irgendwie auf einer Seite fest und so... Wie so ein Opfer. Unglaublich. Nee, da werde ich wieder... Oh shit, man. Sollte ihr den, man? Ja, ich gebe ihm Recht auf jeden Fall, dass wir ein Recht darauf haben, zu wissen, was auf der Welt abgeht. Vor allen Dingen auch, wir haben ein Recht darauf, zu wissen, was verborgen wird und auch was so Menschheitsgeschichte und diese ganzen Themen angeht. So, weißt du. Aber auf der anderen Seite so, wenn man jetzt mal ein bisschen so von der anderen Seite da reingeht, ist es halt auch meiner Meinung nach nicht immer so wichtig, überall hinzuschauen. Und wirklich versuchen, alles zu wissen. Das kann viele Leute, wenn du nicht stark genug bist, mental und so, kann das auch fertig machen. Und vor allen Dingen auch von sich selbst und seinem eigenen Lebenstraum so ein bisschen ablenken. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade wenn so Lichtkegel, also wenn die Mainstream-Medien ein gewisses Thema extrem pushen, dann sollen wir da hingucken. Weißt du? Wir sollen da hingucken und wir sollen eigentlich auch die ganze Zeit irgendwie abgelenkt von uns selbst sein. Weißt du? Also wir sollen uns die ganze Zeit mit der Welt, was im Außen passiert, beschäftigen und da reingucken, damit wir nicht hier reingucken. Und das ist meiner Meinung nach das ultimative Ding, was du machen kannst, um deine Welt zu verändern und ein glückliches Leben zu leben, ist hier reingucken, in dich rein zu gucken und dich nicht ablenken zu lassen von dem ganzen Scheiß, der in der Welt abgeht. So, weißt du? Aber ich verstehe seine Perspektive auf jeden Fall. Emotional, Freunde. Ich mag das nicht. Ich hasse sowas einfach wie die Pest, Alter. Langsam verstehe ich auch diese Leute, die einfach in solchen Situationen einfach auf einmal Minecraft spielen, FIFA spielen. Wie meint der? Wen hasst der denn gerade? Was hasst der denn? Was ist passiert? Kata, kannst du mich mal aufklären? Er meinte generell, was gerade los ist, Krieg, dies, das und dass keiner hinschaut, grob gesagt. Okay? Sich irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Reality-Shows angucken und wollen davon nichts wissen, Bruder. Das ist, glaube ich, ein Schutz. Die schützen sich. Die wollen diese Negativität einfach nicht im Kopf haben und blenden das aus, weil die sich denken, ja, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich mich jetzt damit beschäftigen? Ich mache mich damit nur fertig. Das ist nicht so, dass die Leute, die, sage ich mal, auf diese Themen nicht eingehen, dass sie dumm sind oder dass sie das nicht mitkriegen, dass sie damit nichts zu tun hat. Jeder kriegt das mit. Ich glaube, gewisse Leute wollen das einfach nicht supporten oder wollen das nicht pushen, damit noch mehr Negativität entsteht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich meine, es kann auch so ein Ding sein. Das verstehe ich auch. Ich kann das auch voll verstehen. Es gibt verschiedene Arten von Menschen, glaube ich. Weißt du, wie ich meine? Es gibt den einen Bruder, der ist auch, so bin ich, so ist Kianos, so ist auch, Freunde von mir sind auch so. Die suchen nach der Wahrheit. Die haben das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. So wie in der Szene mit Neo und Morpheus. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwas so wie ein Splitter in deinem Kopf so. Weißt du? Und du willst wissen, was ist los? Was ist die Matrix? Was ist die Wahrheit? Ich will wahrhaftig leben. Ich habe keinen Bock, in der Lüge zu leben. So, weißt du? Dann gibt es die Leute, die bewusst in der Matrix drin bleiben wollen und nicht aus der Matrix raussteppen wollen, weil die denken, es ist bequemer in der Lüge zu leben und die leben dann in der Lüge. Und dann gibt es die Leute, die die Matrix verstanden haben, durchblickt haben und sich dann selbst davon getrennt haben. Und das ist meiner Meinung nach der ultimative Weg. Verstehen, was auf der Welt abgeht. Sich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und dann in die Spiritualität reinzugehen und dich selbst zu entkoppeln. Weißt du? So. Ich bin halt ein Mensch, mir juckt es wirklich in den Fingern da hinzugucken. Ich will wissen, was um mich herum ist. Weil ich habe immer das Gefühl, vielleicht kann ich helfen, vielleicht kann ich irgendwas tun, auch wenn ich nur was rede oder was sage. Ja, vielleicht kann ich einfach Menschen aus dem Herzen reden, die keine Stimme haben oder irgendwie sowas, denke ich mir dann in meinem Moment. Ich denke aber nicht im ersten Moment, ich gefährde mein Geschäft, ich gefährde meine Partnerschaften. Ich denke gar nicht so. Ich habe diesen Gedanken nicht mal in meinem Gehirn drin. Und jeder Mensch ist halt unterschiedlich. Aber ich verstehe auch die andere Seite, die sagen, ey, ich will mich mit solchen Themen nicht befassen, weil das macht mir nur negative Laune. Und ich möchte meine Zuschauer oder meine Gefolgschaften nicht damit noch zusätzlich machen. Kevin sagt, Kianusch muss Diss-Track gegen Illuminaten machen. Bro, check mal Kianusch seine Songs. Bruder, seine ganze Karriere ist gegen die Wichser. Bro, ich glaube keiner hat mehr Tracks gegen die Mächte der Welt gemacht als der Bruder. Vielleicht noch ein Kollege oder so. Aber der hat schon einiges getan in die Richtung. Wie heißt dieser eine Track, den der als letztes, diesen krassen, mit dem Musikvideo und so? Äh, Television. Television? Ja, Television. Ich belasse. Verstehe ich auch. Das sind so zwei Welten. Ach, so ekelhaft, ja. Bitte, Bruder, erzählt mir niemals, dass die Menschheit irgendwie voll am Start ist, dass die Menschheit voll intelligent geworden ist, dass die Menschheit irgendwie, keine Ahnung, voll entwickelt ist und so. Erzählt mir das bitte niemals. Das kann mir auch keiner erzählen. Weil ich zeige mit den Fingern nur auf ein paar Sachen und dann weißt du genau, dass es nicht der Fall ist. Ja, wer sich noch so, auf so eine Art und Weise so miteinander umgeht und viele Sachen, nicht nur Krieg, auch andere wirtschaftliche Dinge, ne, man wirtschaftet über die Menschlichkeit und so, ne, Kapitalismus und so. Ich muss so mit dem Finger auf vier, fünf Sachen zeigen und du wirst sofort merken, okay, wir Menschen sind noch lange nicht da, wo wir glauben zu sein, noch lange, lange nicht. Das ist so geistesgestört. Ich glaube, ich glaube, die Welt, ich glaube, die Welt ist immer auf einer gewissen, also ich glaube, Gott sorgt dafür, dass die Welt immer auf eine gewisse Art und Weise ausgeglichen ist, so, weißt du, alles strebt in die Mitte und so. Das heißt, ich glaube, umso abgefuckter die abgefuckten Menschen werden, umso bewusster, liebender und göttlicher werden die anderen Menschen, weißt du, die nicht so sind halt. Und ich glaube, das gleicht sich aus. Und ich glaube halt, je nachdem, worauf du dich fokussierst, je nachdem hast du das Gefühl, dass die Welt sich in die Richtung verändert. Aber ich glaube, dass beides, also ich glaube, die abgefuckten Menschen werden immer abgefuckter und die abgefuckte Scheiße wird immer abgefuckter und die göttlichen Sachen werden immer göttlicher, weil ich sehe parallel zu der abgefuckten Scheiße sehe ich auch sehr viele Leute, die immer mehr spirituell werden, immer mehr göttlich werden, immer mehr gute Sachen versuchen zu tun, immer mehr einen Fick darauf geben, was andere über die sagen und so. Also das geht parallel so ein bisschen, weißt du. Da werden irgendwelche Menschen einfach dahin geschickt, die sollen jetzt auf andere Menschen schießen, die sie gar nicht kennen, die die noch nie gesehen haben, die keinen Konflikt damit haben. Warum? Weil Regierungen und Länder das befehlen, weil das Militär unterliegt im Land. Ihr müsst jetzt dahin gehen, ihr müsst das jetzt für mich, ihr macht jetzt die Drecksarbeit. Während ich hier auf meinem fetten Arsch sitze, jeden Monat 30.000, 40.000 Euro von den hart arbeitenden Bürgern kassiere, sitze ich hier und erzähle euch noch, dass ihr in den Krieg gehen sollt, ihr sollt jetzt sterben. Söhne und Töchter sollen jetzt in den Krieg, auch Frauen, alle sollen jetzt in den Krieg gehen und sterben und ich sitze hier und halte meine Reden vor der Kamera. Und die Menschen machen das auch noch und supporten das auch noch. Super. Wir sind sehr weit auf jeden Fall. Es ist jahrhundertelange Indoktrination. Jahrhundertelange Indoktrination. Und da sind Mächte dahinter, die kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Weißt du, was ich meine? Dass Leute überhaupt bereit dafür sind, für ihr Land im Krieg zu sterben. Für Agendas, die eigentlich gegen die Menschheit sind. Wir wurden versklavt halt, im großen Stil. Und es gibt halt, ja, so ist das halt. Weißt du? Und es gibt halt Leute, die verstehen das und ziehen sich da raus und spielen da nicht mit und versuchen andere auch irgendwie aufzuwecken und bewusster zu machen. Und es gibt halt Leute, die schlafen und die, die sind halt gefangen in diesem, in diesem Cycle so. Menschheit ist auf jeden Fall sehr weit, wie wir merken, ne? Absolut sehr, sehr weit. Ich sag euch ehrlich, würde mich jetzt jemand auffordern, gehen in den Krieg, ich würde den sofort in die Fresse hauen. Sofort. Warum ist der so abgefuckt dabei? Der sagt, der würde ihn sofort in die Fresse hauen, Bruder. Ich krieg's deine Zierbildrüse. Auf Anhieb, ohne mit der Wimper zu zucken oder eben. Ich würde ihn sofort attackieren, allein für diese Frage. Pats, pats, Digga. Ich würde ihn sofort in die Fresse schlagen dafür. Hier hast du deinen Krieg. Aber wenn mich ein schlipst, regender Opfer. Wie sagt der? Wie hat Manuel Essen gesagt? Patsch, patsch, patsch. Unterlaka, Ding. Biestmord, Bruder, Hetz. Der die Menschen ausbeutet mit seiner gesamten Crew. Was würdest du machen? Ich würde ihn umarmen. So. Ich bin kein Gewalt, ich bin Love, Bro. Lovelock. Leon Lovelock, Bruder, Hetz. Ich bin nicht mit Gewalt oder so. Ich würde sagen, komm mal her, Brudi. Du bist gefickt im Kopf. Komm mal her, lass dich mal umarmen. Und dann versuche ich dir mal zu erzählen, dass das alles gar keinen Sinn macht, was sie dir versucht haben einzutrichtern. Du bist ein Sklave, Bro. Also versuchen halt, Bewusstsein zu schaffen bei dem Typen, der mir das erzählt. So. Das ist halt mein Style. Weißt du, wie ich meine? So. True. Wenn die zu mir sagen, du sollst jetzt da rein und für uns kämpfen. Oder ich hoffe, meine Mutter. Ich will das jetzt hier nicht aussprechen. Aber ich würde einen ganz anderen Kampf führen. Da gibt es echt Menschen, die glauben an den Quatsch, Alter. Und gehen da irgendwelche Kriege führen, Alter. Der einzige Kampf oder der einzige Krieg, der sich lohnt, ist der Krieg in dir. Mit dir selbst. Normal krank, ja. So viele Dinge, wo ich mir denke, wie kann man so sein, Alter, ja? Wie kann man einfach so sein? Wie? Selbst ein Polizist. Ich muss jetzt nicht ein Soldat sein, aber ein Polizist zum Beispiel. Wenn dem gesagt wird, du musst den jetzt so und so behandeln, der hinterfragt den nicht mal. Warum? Er macht das einfach. Das ist die Autorität. Einfach die Autorität. Die Autorität hält überhaupt diese Pyramide, also dieses Pyramidensystem hält es überhaupt am Laufen, ne? Alles läuft nur über die Autorität. Sobald die Autorität nicht mehr respektiert wird, funktioniert das alles nicht mehr. Aber du wirst ja in der Schule indoktriniert, dass du genau diesem Autoritätssystem treu dienst. So sieht's aus, Bro. So sieht's aus. Du darfst nur auf Toilette, wenn ich dir sage, du darfst auf Toilette. Halt deine Schnauze, setz dich hin. Alle müssen gleich funktionieren. Von Kindheit an. Riecht an dir uns das ein. Auf unsüß. Ich wollte auf süß sagen, aber auf eklig. Die Schule genauso beigebracht. Du hast die Schnauze zu halten, auch wenn ihr mehr seid. Guck mal, das ist psychologisch. Ihr seid mehr, ihr seid 30 Schüler, aber ihr haltet alle euer Maul, wenn ein Lehrer redet. Weil dieser eine Lehrer ist die Autorität. Die Autoritätsperson. Das wird dir von klein auf in dein scheiß Gehirn gedrückt. Deswegen ist die Mehrheit leise, wenn die Minderheit irgendwas sagt. In dem Fall, wenn einer sich da hinstellt und sagt, ihr müsst so und so und so. Das lernst du doch in der Schule, Bruder. Das bleibt doch in deinem Kopf. Das ist doch in deiner Psyche. Das geht doch in dein Unterbewusstsein. Das geht bis in dein Arschloch rein. Es gibt Menschen. Ja, du Stinger, wirklich unterwegs heute, ja? Schon bei denen hat es nicht funktioniert. Ich zähle mich dazu. Herzlichen Glückwunsch. Und ich denke, viele von euch ebenfalls. Das ist unglaublich, Alter. Diese Autorität. Ich fick diese Autorität. Herr Rashedi, ihr Sohn hat ein Autoritätsproblem. Wir können mit ihm nicht... Ja, der war ich auch damals. Ich habe immer Autoritätsprobleme gehabt. Immer mein ganzes Leben lang, Bro. In jeder Schule, in jedem Job, überall. Auf einen Punkt kommen. Er stört immer den Unterricht. Ja? Autoritätsprobleme. Ja, habe ich auch. Und weißt du, warum? Weil ich mich nicht verarsch... Ich lasse mich nicht wie ein Opfer von links nach rechts schubsen. Ich habe Bock auch auf den nächsten Talk mit Kianos, sage ich dir ehrlich. Bro, ich hätte Bock auf einen Podcast mit dem Cousin. Tu das, was ihr von mir verlangt, weil ich kein Opfer bin. Natürlich bin ich für euch ein Problem. Natürlich passe ich nicht in euer Raster. Natürlich, natürlich, natürlich. Weil ich mich widersetze. Weil ich meinen eigenen Kopf habe. Ja, du stehst auf eigenen Eiern, wie Leon Lovlog sagen würde. Du stehst auf eigenen Eiern. Und das ist genau richtig so, Bruder. Selbstverantwortung ist das Stichwort, oder? Exactly. So wie ich bin. Guck mal, das ist ein ausgeglichenes Spiel, Bro. Ich lasse mir nichts sagen, aber ich verlasse mich auch nicht auf die. Weißt du? Auf den Staat, auf die Autorität. Dass die mir helfen, dass die mich unterstützen. Dass die mir irgendwie... Nein, lass mich mein eigenes Ding machen. Ich nehme Verantwortung für mich und mein eigenes Leben in die Hand. Und das ist die einzige Quintessenz aus den letzten Jahren, die ich so mitgenommen habe. Bin ich für euch ein Problem? Für die Schule, für die Gesellschaft. Ich bin ein Problem, ja. Weil ich nicht gehorche. Ich unterliege keiner Autorität. Nicht in dem Sinne, auf gar keinen Fall. Es gibt nur eine einzige Autorität für mich. Und die ist allgegenwärtig. Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Gott! Ich bin halt keine Puppe, ich bin keine Marionette. Und ich lasse mich nicht rumschubsen. Und ich lasse mir auch nicht die Meinung anderer in meinen Kopf reinzwängen. Das ist der große Unterschied. Und deswegen, genau nur deswegen, haben wir Konflikte innerhalb der Gesellschaft. Oder die Gesellschaft mit mir. Oder mit Menschen, die wie ich sind, wie ihr seid. Nur deswegen. Weil wir unterliegen nicht dieser Autorität. Das ist einfach, das ist ein psychologischer Knacks, den die Menschen haben. Ich sag euch, wie es ist. Also ich sag euch ehrlich, so jemand wie Netanyahu. So jemand wie diese ganzen Kriegstreiber. Ich will deren dreckigen Namen nicht mal in meinem Mund nehmen. Diese ganzen Kriegstreiber, egal von welchem Land, egal wer sie sind, egal wie sie heißen. Die sollen gefälligst die Waffen, die sie ja an alle verkaufen und verbreiten, sollen die selber in ihren dreckigen Händen nehmen, woran Blut klebt, sollen in diese Flieger steigen, sich dorthin begeben und an vorderster Front als Autorität kämpfen, so wie die es ja haben wollen. Die sind nicht mal die Autorität. Die Maniaks. Netanyahu und bla bla bla. Digga, da stecken Leute dahinter. Das ist die wahre Autorität. Bro, die wahre Autorität ist noch viel ekelhafter als die Menschen, die wir sehen. Das sind nur Marionetten, die genutzt werden, damit wir jemanden haben zum Blame, wenn wir dann sowas sagen, dass wir Namen sagen können und so. Aber das sind nicht mal die wahren Leute, die die Welt versuchen zu steuern oder versuchen in eine gewisse Richtung zu treiben oder maßgeblich in die negative Richtung beeinflussen. Das sind ganz andere Mächte, Bro. Gegen den Terror. Ja, dann geh. Mach mal bitte. Olaf Scholz. Puh, dass ich deinen Namen in meinen Mund nehme. Deine ganze Bande, wie ihr da seid. Das ist diese ganzen Leute, Olaf Scholz. Also wie gesagt, ich kann nur über die lachen. Wenn ich mir die reinziehe, wenn ich die sehe irgendwo im Fernsehen, wenn die irgendeine Rede halten und so, ich lache einfach. Ich lache mich einfach tot, Bro. Weil das sind Puppen, du siehst dir das in deren Fresse an so. Die haben nichts zu melden. Die können nichts. Nichts. Teilweise haben wir Leute in der Regierung, die können nicht mal einen geraden Satz reden oder so. Weißt du, was ich meine? Als ob die irgendwelche Entscheidungen treffen. Einen Scheißdreck treffen die. Die werden uns präsentiert. Einer von der rechten Seite, einer von der linken Seite. Lass mal die da hinstellen. Lass mal denen so das Gefühl geben, als ob es rechts und links gibt. Und dann sollen die die auswählen wie Fußballvereine und dann stehen die hinter denen und so. Aber die haben nichts zu melden. Nichts. Fordert ihr völlige Unterstützung von Israel und von Amerika und Ukraine und Dato und so. Dann geh und unterstützt sie mal bitte. Anstatt Söhne und Töchter in eine Schlacht zu schicken, wo sie nicht mehr nach Hause kommen. Geht mal bitte ihr selber. Seid doch, seid doch Vorbilder. Damit könnt ihr bestimmt nochmal doppelt so viele Leute dazu bewegen. Oder? Einer sagt, AfD ist der anders. Nein, AfD ist ein Scheißdreck anders. AfD gehört zu dem ganzen Spiel mit dazu. Und wenn du das nicht gerafft hast, Bro, dann würde ich dir raten, dass du nochmal mieser in die Recherche reingehst, wie der Bruder Kianosch sagen würde. Weil dann haben die dich wieder gefangen. Dann haben die dich wieder gefangen. Das sind Rattenfänger. Die sollen die Leute, die aufgeweckt sind in der Corona-Zeit, wieder zurückholen ins System. Wir brauchen irgendeine Partei, die nach außen so, das ist genauso wie Trump, die nach außen so aussieht, als ob die gegen das Establishment sind. Als ob die wirklich was Gutes für das Land wollen. Damit wir die Leute, die so ein bisschen gerade ausgebrochen sind und angefangen haben, frei zu denken, wieder reinholen ins System. Nicht mehr und nicht weniger. Pflegte sich einzumischen, oder? Dann geht doch mal in vorderster Front. Ihr habt doch diese Parolen. Ihr habt doch diese Parolen. Und habt doch so eine große Fresse im Mikrofon und vor der Kamera. Dann tut doch allen einen Gefallen. Als Vorbild, als Repräsentant und als, weiß was ich was, als Autorität Instanz. Dann geht doch mal selber mit den Waffen, die ihr verkauft. Dann geht doch mal selber. Und zeigt den Leuten nochmal, wie es geht. Erst dann, erst dann kann man vielleicht für euch ein wenig Respekt haben. Vorher habt ihr die Fresse zu halten. Egal wer ihr seid. Euer Status und dieses ganze Geblende, das berührt mich null. Ich hab auch gar keinen Respekt mehr. Weil genauso wenig wird mir Respekt entgegengebracht. Ihr bekommt Geld von uns. Ich bekomme kein Geld von euch. Im Gegenteil. Ihr habt noch große Fresse. Und jetzt habt ihr endlich mal die scheiß Fresse zu halten. Das ist keine Volksverhetzung. Ich fick eure Gesetze, die ihr aus... Jo. ...gelegt habt, um die Leute mundtot zu machen. Warte mal ganz kurz, Bruder. Der hat richtig losgelassen, Digga. Ich hab auch gar keinen Respekt mehr. Weil genauso wenig wird mir Respekt entgegengebracht. Ihr bekommt Geld von uns. Ich bekomme kein Geld von euch. Im Gegenteil. Ihr habt noch große Fresse. Und jetzt habt ihr endlich mal die scheiß Fresse zu halten. Das ist keine Volksverhetzung. Ich fick eure Gesetze, die ihr ausgelegt habt, um die Leute mundtot zu machen. Ich tritt... ... ... ... ... Is real talk, Bro. Kannst du sagen, was du willst? Den Spieß um. Das ist meine freie Meinung. Das ist freie Meinungsäußerung. Kannst mich höchstens wegen Beleidigung... ... 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 den Wirten. Das ist ein Spruch. Dann habe ich hier gelernt. Aber wisst ihr, wer in dem Fall der Wirt ist? Nicht ich. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Ich sitze hier auch hier und rede. Das ist genauso großkotzig. Kann ich ja auch. Kann ja jeder von uns, oder? Genauso großkotzig. Auf Augenhöhe. Wisst ihr, wer der Wirt ist in dem Fall? Dein Vater. Mein Vater. Unser Aller Vater. Und ihr habt die Rechnung ohne das gemacht. Allahu akbar, Bruder. Schaut selber. Versucht das zu beobachten, wenn ihr könnt. Beobachtet einfach. Es liegt nicht in meiner Hand. Es liegt nicht in deiner Hand. Ich sage nur eins. Nichts bleibt gleich. Alles verändert sich, Leute. Auch so eine Situation. Auch solche Konsorten. Solche Konsorten sind schon oft gekommen und gegangen. Genauso. Ihr habt nur Dreck hinterlassen. Nur Dreck. Nur Elend und Dreck. Aber es wird nicht besser. Ich appelliere nicht an euer Verstand, weil ihr keinen habt. Ich appelliere an meine Mitmenschen. So ein Abschaum von Menschen nicht zu supporten. Und diese Handlungen nicht zu supporten. Ich appelliere an meine Mitmenschen. Ich appelliere wirklich an alle meine Mitmenschen. Ich liebe meine Mitmenschen. Mal mehr, mal weniger. Ich appelliere wirklich an meine Mitmenschen. Und ich supportet so einen Abschaum und so einen Dreck bitte niemals. Bitte nicht. Egal in welcher Form. Lasst euch nicht verarschen. Die Zeit ist gekommen, wo die Menschen endlich ihre Birne einschalten. Mehr denn je. Mehr denn je. Ihr könnt es selber beobachten. Lasst euch keine Scheiße erzählen. Die Qualitätsmedien sind keine Qualitätsmedien. Die sind einfach ein Propaganda-Werkzeug. Ein verlängerter Arm der Regierung um ihre Scheiße. Das wäre auch meine Empfehlung. Lasst euch da nicht mit rein involvieren. Die wollen euch immer wieder fangen. Die wollen euch immer wieder, wenn die merken, okay, zu viele Leute wachen gerade auf, entwickeln die das nächste Tool, die nächste Partei, den nächsten Politiker, der euch zurück in die Matrix holen soll. So weißt du. Lasst euch nicht voll labern, Digga. Bleibt bei euch. Das ist nämlich das, was die nicht wollen. Die wollen nicht, dass du bei dir bist. Die wollen nicht, dass du deine eigene Macht und Power realisierst und dich nicht mehr manipulieren lässt von außen. Deswegen mach da nicht mit. Aber was ich auch sage, sage ich dir ehrlich, ist, baue auch keinen Hass auf, Digga. Weißt du, wie ich meine? Baue auch keinen Hass auf. Hasse das alles nicht. Hasse das auch alles nicht. Und lass dich nicht davon irgendwie so negativ beeinflussen. Beeinflussen und dann, dass du Wut entwickelst in dir so. Weißt du, weil am Ende des Tages schadest du dir damit selber wieder. Wenn du Hass aufbaust, Wut entwickelst und so, dann bist du in einer niedrigen Frequenz unterwegs so. Ich sage dir ehrlich, beschäftige dich auch nicht zu viel mit diesen ganzen Sachen so. Ja, wir machen das. Ich mache das gern. Ich mache das auch aus Gründen, wo wir sagen so, ja, Digga, wir wollen irgendwie neue Leute aufwecken und so. Aber das ultimative Ziel ist es meiner Meinung nach, sich so wenig wie möglich überhaupt noch online aufzuhalten und mit dem Weltgeschehen zu befassen, sondern mit Gott dich zu connecten. Weißt du, spirituell zu sein, zu beten, gute Dinge zu tun, dich auf die Liebe zu konzentrieren und da die meiste Energie, die du hast, reinzustecken. Weil wenn du mehr dich auf Liebe konzentrierst, wirst du auch wieder mehr Liebe in dein Leben bekommen und du wirst mehr Liebe in der Welt kreieren. Umso mehr Hass du in dir trägst, umso mehr du abgefuckt bist auf die Welt und auf die Dinge und auf Politiker und auf was auch immer so. Umso mehr Hass wirst du in dir tragen, umso mehr Hass wirst du auch wieder in die Welt tragen. Weißt du, deswegen müssen wir uns immer auf die Liebe konzentrieren. Das ist so mein ultimatives Ding. Wir dürfen die Liebe und die guten Sachen und das Positive nicht vergessen. Das muss man immer wieder mit erwähnen, gerade wenn man sich mit diesen Themen die ganze Zeit auseinandersetzt. Verliert die Liebe nicht, weil Liebe ist am Ende des Tages die ultimative Antwort auf jede böse Scheiße in der Welt. Love. Liebe besiegt alles am Ende. Weißt du, aber wahrhaftige, echte Liebe so. Love conquers all. Ist einfach so. Ich küss euer Herz. Weiter zu leiden. Wir fallen schon lange nicht mehr drauf rein. Schon lange, lange nicht mehr. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo die Leute ihren Mund aufmachen. Ich habe schon oft den ersten Stein geschmissen und ich werde auch den letzten schmeißen. Weil wenn ich einfach so lebe wie ein Opfer, weißt du, ich denke mir immer so, entweder lebe wie eine Ratte. Die Leute lassen dich in Ruhe, aber du wirst halt behandelt wie eine Ratte und musst damit klarkommen. Oder sterbe einfach wie ein Löwe. Und ich meine nicht dieses, du hast geredet wie ein Löwe, Bruder. Quatsch. Nein, nein. Man ist wirklich symbolisch. Das bedeutet, lieber sterbe ich stehend, als auf Knien zu leben. Diese Entscheidung kann mir keiner nehmen. Das ist meine eigene Entscheidung. Niemals wird jemand wie ich auf Knien leben. Niemals werde ich betteln, mich beugen oder sonst was tun. Niemals. Egal wer wie wo war es. Es spielt gar keine Rolle. Das ist ein Prinzip. Das ist meine Philosophie des Lebens. Das hat mein Vater mich so gelehrt. Soll seine Seele in Frieden ruhen. Und es hat jeder... Rest in Peace, Cousin. ...meiner Familie mir so gelehrt. Und ich werde es meinem Kind genauso weiterlehren. Und ich hoffe, es gibt mehr Menschen davon, die endlich den Maul aufmachen, Alter. Habt den Mut. Habt den Mut, eurem Mund zu öffnen und wirklich zu sagen, was ihr denkt. Die Menschen warten darauf. Keiner hat bloß den ersten Stein zu schmeißen. Weil er Angst hat, verbrannt zu werden. Medial. Weil er Angst hat, irgendwie als Idiot... Passiert doch jetzt schon, Brudi. Merkst du doch, was wir ausgelöst haben mit diesen Themen und so. Wie viele Leute sich auf einmal auch Mainstream-mäßig und so mit diesen Sachen auseinandersetzen, weißt du? Das ist ein Schneeball-Effekt und der wird auch weitergehen. Nein, glaub mir, die Leute haben immer mehr Bock auf authentische Charaktere, die sich trauen, das zu sagen, was sie denken. Und kein Blatt vor den Mund nehmen. Und die verstehen dann auch, dass nicht immer alles deiner Meinung entsprechen muss. Aber du wüsst, Menschen werden immer mehr wertschätzen, dass es Leute gibt, die sich überhaupt trauen, ihre eigene Meinung zu sagen. Du musst es ja nicht feiern. Du musst ja nicht sagen, ey, ja, ich sehe das genauso wie der. Aber du wüsst es wertschätzen, dass er sich überhaupt traut, diese Meinung auszusprechen, weißt du? Und die Ersten, die das machen, werden immer gefickt dafür. Ist leider so. Man muss dann halt ein bisschen kassieren und so. Aber dafür kommen dann Leute danach, die das leichter durchziehen können und die das besser machen können, weißt du? Und das ist ja der Drive. Das ist ja das Ziel von dem, was wir machen im Endeffekt. Dass wir Leute dazu animieren, sich mit Sachen zu beschäftigen und vor allen Dingen sich zu trauen, das, was man denkt, auszusprechen. So eine Gesellschaft wollen wir ja haben und deswegen ziehen wir das auch weiter durch. Gut dazustehen. Leute, legt eure Angst ab, genauso wie ihr eure Verantwortung abgelegt habt. Selber zu denken, legt eure Angst ab. Ihr habt ja kein Problem damit, das Wichtigste, was einen Menschen ausmacht, abzulegen, oder? Die Verantwortung, selber sein Leben in die Hand zu nehmen. Auf jeglicher Ebene. Habt ihr auch keine Angst vorgehabt? Dann habt doch bitte keine Angst, das auch abzulegen. Kommt von euch beiden noch ein Talk. Inshallah, Bruder. Eure Münder auf. Sagt, was ihr wirklich denkt. Und lasst mal diese Opfer, diese Menschen, die wirklich Opfer sind, lasst sie mal wirklich spüren, was das heißt, in einer Welt zu leben, wo der menschliche Geist einfach stärker ist, als der menschliche elendige Abschaum, der angeblich in der Überzahl ist. Ihr seid ein Dreck. Mich kann man nicht blenden. Ich lasse mich nicht blenden. Es können hundert Shitstorms kommen. Ich sag, das war meine Vision, die ich damals auch schon hatte. Ich sag, irgendwann wird es soweit sein, dass, also heutzutage ist es so, dass du anerkannt wirst, wenn du dieses Menschenverachtende machst, auch Content-mäßig. Also wenn du Kanäle aufbaust, wo du eigentlich nur schlecht über andere Menschen redest, wo du nur Negativität spreadest und so, dafür wirst du anerkannt. Das funktioniert sofort und du kriegst dafür auch, ja, du kriegst dafür Likes, du kriegst dafür Aufmerksamkeit. Es gibt Leute, die bauen ihre Kanäle nur damit auf. Ich sage, also mein Traum wäre es, in einer Welt zu leben, wo du für positive Energy, für Aufklärung, für Liebe, für Spiritualität und so, dafür anerkannt wirst. Und wenn dann einer so eklischen Content macht oder so menschenverachtende Sachen macht, dass dann der Großteil der Menschen sagen würde, ey, was macht der da, ist voll whack und so. So wie jetzt teilweise Leute halt auf uns gehen und auf spirituelle Leute gehen und sagen, ah, guck mal, diese Hippies und diese komischen und so, weil der Mainstream halt eher so unmenschlich unterwegs ist, wünschte ich mir halt, dass es irgendwann sich umdreht. Und guck mal, die einzige Macht, die ich halt persönlich als Mensch habe, ist selber das zu machen. So deine, wenn du die Welt verändern willst, die größte Stellschraube, die du hast, ist das selber vorzuleben, das selber zu tun, was du in der Welt gerne sehen würdest. So, und deswegen musst du einfach anfangen, selber diese Liebe, die du in der Welt vielleicht sehen willst oder diese Veränderung, die du in der Welt sehen willst, selber umzusetzen. Da muss man an sich selber, da muss man an seine eigene Nase packen und sich fragen, okay, wie, inwiefern trage ich selber dazu bei, was muss ich verändern, damit ich so bin, wie ich mir eine Gesellschaft wünschen würde. Und so hast du den größten Einfluss, den du, den du haben kannst, die größte Stellschraube hast du dann damit, also weißt du, das ist die größte Stellschraube so. Nicht im Außen oder so, du musst bei dir anfangen. Und wenn das jeder tun würde, dann wisst ihr ja, dann würde die Gesellschaft sich halt wirklich verändern. Milliarden Shitstorms kommen. Es kann alles passieren. Einer sagt, dein Herz liegt auf der Zunge. Weißt du, wie Manuel sind geantwortet hat im Interview? Nicht mein Herz liegt auf der Zunge, meine Eier liegen auf der Zunge. Beste. Versuchen überall den Geldhahn zuzudrehen. Ihr werdet mich niemals auf Knien sehen. Niemals werde ich betteln oder wimmern oder sonst was. Ich werde euch in eure Gesichter spucken. Genauso wie ich das stelle. Egal. Ja, es ist halt, Keanu ist halt ein bisschen in Ragi in dem Video. Ich, weißt du, viele von den Sachen, die er sagt, unterschreibe ich dir auf jeden Fall. Ich finde halt so ein bisschen, aber das ist halt sein Style, weißt du. Ich will das gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Sein Style ist halt so ein bisschen dieses Rapper-Ding, so ein bisschen dieses Eklige und so. Schön und gut. Ist halt nicht mein Style mit diesem Leute anspucken und ihr Opfer und ihr seid dies und das. Und das ist mir so ein bisschen zu Ding, so. Weißt du? Aber, Digga, die Sachen, die er sagt teilweise, sind halt Real Talk, Bro. Wer ihr seid, egal, egal, was für ein Amt du besetzt, was für ein Status du hast, egal, wie viel Geld du hast, egal, wie viel Reichweite du hast, egal, wie viele Klicks du hast. Das spielt alles keine Rolle, wenn wir uns gegenüberstehen. Dann bist du ein Mensch, ich bin ein Mensch. Und dann zählt nur, was macht dich als Menschen aus? Und ich habe noch nie die Verantwortung meines Lebens abgelegt. So wie viele von euch. Nehmt die Rüstung eurer Verantwortung wieder gefälligst auf euer Rücken. Habt den Arsch in der Hose, eure scheiß Fresse aufzumachen. Es reicht. Um uns herum platzt alles und die Menschen sitzen da und bewegen sich nicht mehr. Sind wie erstarrt. Freeze. Und was glaubt ihr denn? Wir hatten schon zwei Weltkriege hier auf unserem Boden. Denkt ihr, irgendjemand schreckt davor zurück, einen Dritten hinzubringen, einen Vierten, einen Fünften, einen Sechsten? Seid ihr wahnsinnig? Was glaubt ihr? Was Fakt ist, dass wenn der Dritte ausbricht, dann wird der natürlich wieder in Europa stattfinden. Gibt ihr denn, wo ihr seid? Was glaubt ihr, wo ihr lebt? Wer hat euch ver... Beziehungsweise ausgetragen. Verarscht. Alter, ich fass es nicht, ja? Diese Länder, diese Kriegspläne, denkt ihr, die haben irgendwie eine Hemmung davor, auch über diese Länder herzufallen? Wenn es so weit kommt. Wenn so ein Flächenbrand entsteht, wie gerade. Alle gucken zu, wie Israel Menschen ermordet. Muss man ganz klar so sagen. Ich scheiße auf eure Antisemiten-Kolle. Die sollen in euch alle reingehen. Ihr wisst genau, dass ich kein Antisemit bin oder ein Rassist bin oder sonst was. Ihr seid einfach Opfer. Ihr wollt irgendwas beschützen, was euch peinigt, Alter. Ihr habt ein Stockholm-Syndrom oder ein Stock in eurem Arsch. Was weiß ich denn, Alter. Dafür kann ich nichts. Alle schauen zu, wie einfach Menschen beschlachtet werden. Schon die ganze Zeit. Free Palestine, Bro. Alle schauen nur auf ihr Business. Damit man bloß nicht gecancelt ist. Dieses Canceln und dieses Business soll in euch alle querdiagonal reingehen. Soll unten rein und... Vor allen Dingen, ich glaub nicht mal, ich glaub nicht mal, dass das... Also ich glaub, wenn viel mehr Leute, auch Mainstream-Leute oder sagen wir mal, die Rapper hätten sich jetzt getraut, hätten Eier in der Hose gehabt und hätten während der Corona-Zeit gesagt, fickt euch. Wir machen da nicht mit so. Weißt du, und wir canceln auch keine Lovelogs oder Kianos und so, weil die eine andere Meinung haben. Fickt euch einfach. Wir ziehen unser Ding weiter durch. Ich glaub, wenn mehr Menschen einfach dieses Mindset hätten, dann hätte es auch gar nicht so krass funktioniert. Ich glaub, es funktioniert nur, weil viele halt voll Angst haben davor, irgendwie gecancelt zu werden. Irgendwas von ihrem Brot weggenommen zu bekommen. Und deswegen halten lieber alle ihre Schnauze, damit man auf der sicheren Seite ist, so weißt du. Aber man darf nicht vergessen, dass wir eigentlich die Power haben, so. Wir Konsumenten, wir Bürger, wir haben eigentlich die Macht. Wenn wir alle sagen, fickt euch, dann können die nichts machen und so. Aber solange die Menschen halt mitspielen und denken, dass es gefährlich ist, über das zu reden oder sich hiermit zu beschäftigen oder überhaupt deine Meinung zu sagen und so. Solange die Menschen das denken, solange werden wir uns halt an den Eiern haben und kontrollieren leider. Weißt du. Es ist halt dieses Mindset, was die den Leuten eingetrichtert haben, dass man dafür überhaupt Angst hat. Eigentlich müsste man gar keine Angst davor haben. Aus eurem Mund wieder raus und dann soll man euch sogar aufhängen. Genauso, dass es jeder sehen kann. So sehe ich euch. Mehr seid ihr nicht. Was ist für euch wichtiger? Was heißt du? Aufhängen, was hast du gesagt? Alle quer diagonal reingehen. Soll unten rein und aus eurem Mund wieder raus und dann soll man euch sogar aufhängen. Genauso, dass es jeder sehen kann. So sehe ich euch. Mehr seid ihr nicht. Was ist für euch wichtiger? Was heißt überhaupt Wichtigkeit? Priorität. Was ist deine Priorität? Was nimmst du mit in dein Grab, du Elendiger? Was denn? Dein Auto? Dein Haus? Du nimmst nichts davon mit in dein Grab. Nichts nimmst du mit. Aber weißt du, was du hinterlassen wirst? Eine Spur. Mir ist wichtig, wie Menschen über mich reden, wenn ich nicht mehr da bin. Für was stand ich? Genau so, Bro. Genau so. Genau so. Sich ein. Das ist mir viel wichtiger. Weißt du, warum? Weil das hinterlässt Spuren. Das sind Spuren. Das ist das, was bleibt, Bruderherz. Dein Money, deine verfickte Klicks, deine Girls, die du gehabt hast oder deine Chains, deine fetten Gold Chains und Cuban Links oder was auch immer du dir da um die Hals wickelst. Bleibt ein Scheißdreck. Was hast du getan? Was hast du da gelassen? Wie hast du die Jugend beeinflusst? Wem hast du was Gutes mit auf den Weg gegeben? Das ist das, was bleibt. Das ist das, was bleibt. Spuren, mein Dicker. Ich schwöre dir. Das sind Spuren, die man hinterlassen sollte. Die Spur deines Geldes, Bruder, die wird einmal weggewischt. Das interessiert niemanden. Dein Geld geht in die Hände eines anderen. Und derjenige, dessen Geld geht in die Hände eines anderen, das interessiert niemanden. Also wenn ihr euer Business beschützen wollt und euer Brot. Die Welt ist euer Brot. Habt ihr vergessen? Eure Brüder und Schwestern sind euer Brot. So, die Menschen. Eure Familien sind euer Brot. Dein Gewissen ist dein Brot. Real Talk, episches Interview, Diggi. Und der Welt, um euch herum, um eure Gesellschaft. Beobachtet selber. Ich richte nicht. Ihr werdet sehen, wer oder was richten wird. Macht weiter. Macht weiter. Macht genauso weiter. Genauso. Und guckt. Oh, überall ist Krieg. Oh, überall nur noch negativ. Macht weiter. Macht weiter. Los. Lasst euch nicht aufhalten. Eure Eltern sind stolz auf euch. Dessen Eltern auch. Los, macht weiter, Leute. Supportet den ganzen Dreck. Supportet den Teufel, Alter. Lasst euch vom Teufel in den Arsch ficken. Tätowiert euch am besten noch seine Symbole auf euren... Viele wissen es halt leider nicht besser, weißt du? Ich persönlich bin diesen Menschen nicht mal böse, Digga. Ich bin nicht mal böse. Ich hab kein Hass, Bro. Ich lass es nicht mehr zu, dass andere Menschen, weil die nicht das Bewusstsein haben, was ich habe, dass die in mir Hass auslösen und mich runterziehen, weißt du? Weil, Digga, die sind halt nicht so weit. Die verstehen das halt nicht. Ja, es gibt Leute, die es verstehen und dann bewusst unterdrücken. Und die, bei denen ist es halt hart, die leben halt in einem Kampf mit sich selber. Und die haben mit sich selbst schon genug zu kämpfen. Glaub mir das. Wenn du verstanden hast, was auf der Welt abgeht und du trotzdem dich selbst unterdrückst und dich bückst und mitspielst, so, dann bist du in einem harten Krieg mit dir selber und der wird dich langfristig auffressen, auch psychisch, so. Aber es gibt auch viele Leute, die haben das Bewusstsein dafür gar nicht. Die machen einfach, was die früher im Fernsehen gesehen haben, was die von anderen Leuten vorgelebt gekriegt haben, von irgendwelchen Vorbildern und so. Und die ziehen dann ihr Ding durch. So, Bruder, ich hab, was ich gelernt hab, ist, du kannst niemanden erzwingen, das zu tun, was du für richtig hältst, so. Du kannst nur selber das tun, was du für richtig hältst. Und jeder andere ist auf seinem eigenen Weg unterwegs. Du kannst darauf hoffen, dass du vielleicht irgendwie einen Funken in jemandem auslösen kannst und irgendwie, ja, vielleicht einen Satz oder einen Talk mit dem machen kannst und dann, dass er vielleicht irgendwie darüber nachdenkt und so. Also, aber erwarte nicht, dass die Leute sich verändern groß, weißt du. Erwarte das nicht. Und am Ende des Tages muss eh jeder für das, was er tut, bezahlen. Und ich glaube sowieso, dass jeder auf einem anderen Level ist und eventuell später dann vielleicht noch dahin kommt oder nicht. Niemand ist verloren, weißt du. Ich glaube wirklich, dass nur eine Situation in deinem Leben dafür sorgen kann, dass du komplett umdenkst, dass du ein komplett anderer Mensch bist und dass du auf einmal auch anders denkst, so, weißt du. Deswegen, ich habe die Hoffnung nicht verloren in niemandem und vor allen Dingen habe ich keinen Hass mehr gegen Leute, die vielleicht extrem unbewusst sind und irgendwelche Impfwerbungen machen oder so einen Scheiß, Digga, weißt du. Bro. Das ist ja nicht, wie er selber gesagt hat, wir sind nicht die Richter. ...rücken und macht einen auf, ich bin besonders. Ja, man kann die Themen sensibel anpacken, aber manchmal hat man einfach keinen Bock. Kennst du das, wenn du etwas so, du bist auf der Arbeit, du sortierst etwas, damit nichts kaputt geht, du machst das voll sorgfältig und irgendwann denkst du dir, was mache ich überhaupt? Dann nimmst du so 30 Stück und wirfst sie einfach in die Ecke und denkst, das macht so, das verändert nichts. Genau so ein Ding ist das gerade. Egal, was ich rede, nicht rede, egal, wie ich es verpacke, ob ich mich distanziere oder wieder nähere, es juckt nicht. Ich rede einfach frei, Schnauze und so muss es auch sein und ich erwarte von meinen Mitmenschen, dass sie genauso ticken. Wer hat euch diese Angst angejagt? Wer hat euch große Geschichten erzählt, dass ihr auf einmal so geworden seid? Einfach Feiglinge da draußen, gerade in der Internetwelt, gerade Leute mit viel Reichweite, die was bewegen können, ihr bewegt einen Scheiß, ihr bewegt heute. Das ist ein Ding, das ist eine Struktur dahinter, weißt du, das ist so aufgebaut, die Entertainment-Branche, die Entertainment-Industrie ist so aufgebaut. Influencer haben Verträge mit Sponsoren. Diese Sponsoren sagen, du kannst diese und diese Themen nicht ansprechen, sonst können wir dich nicht sponsoren, dann verdienst du kein Geld. Okay, ich halte meine Schnauze, Chef. Das ist halt, es ist halt so aufgebaut, weißt du, die Industrie ist leider so aufgebaut, dass Leute generell, du musst dir überlegen, die meisten Leute gehen in die Industrie rein, um Geld zu verdienen. Es gibt nicht viele Leute, die in die Industrie reingegangen sind, weil die eine Message im Herzen hatten, weil die gesagt haben, ich will was verändern oder ich will was bewegen. Ich will das, was in mir ist, nach außen tragen und Leute damit inspirieren. So war ich zum Beispiel. Das war meine Intention. Ich will anderen helfen, damals mit Fitness, und ich will vor allen Dingen andere Menschen inspirieren. Ich habe das Gefühl, ich habe was in mir, was die Welt hören muss. Ich will mir ein Gehör verschaffen. So, deswegen habe ich angefangen mit Social Media, aber die meisten Leute fangen an mit Social Media oder mit Musik oder was auch immer heutzutage, weil die Geld verdienen wollen. Okay, tamam, der will Geld verdienen. Okay, der ist jetzt in Social Media unterwegs und dann auf einmal kriegt er die erste Sponsoren, dies, das, blau, und dann sagen die ersten Sponsoren, ey, Bro, wenn du weiter so und so machst, dann kriegst du kein Geld mehr. Ja, was denkst du, was die dann machen? Und sagen, ja, scheiß drauf, ich habe Werte, ich habe eine Überzeugung, ich mache das für was Größeres, deswegen fuck you, ich ziehe trotzdem weiter durch. Oder nee, ja, okay, ich halte meine Schnauze. Ja, die meisten werden ihre Schnauze halten. Die meisten werden sagen, okay, alles klar, bis hier und nicht weiter, okay, ich habe verstanden. Und dann ziehen die das halt durch, weil deren Drive, deren größte Motivation, das zu tun, ist Money. Und wenn das deine größte Motivation ist, bist du immer steuer- und kontrollierbar. Wenn du nicht irgendeine höhere Motivation hast, irgendwas Höheres, was dich antreibt, und sagst, ey, ich bin sogar bereit, dafür zu sterben. Wenn du das nicht hast, dann bist du immer steuerbar. Höchstens euren Arsch von eurem Stuhl bis zum Klo geht kacken und wieder zurück in euer Bett, mehr nicht. Und eure Autos, die eure Fans für euch bezahlt haben. Halt deine Fresse, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Einer sagt, Moral zahlt keine Miete. Aber du, für mich zum Beispiel, mir ist es wichtiger, dass ich mir in den Spiegel gucken kann, dass ich das mache, was Gott mir aufträgt, dass es mir wichtiger ist, als meine Miete zu bezahlen. Und ich habe das Gefühl, und durch mein Leben, ich habe schon viel gestruggelt, ich war viel down, ich habe viel durchgemacht, gerade, wo ich immer mehr angefangen habe, das, was ich wirklich denke, auszusprechen. Viele Down-Phasen gehabt und so. Aber eins kann ich dir sagen, Gott hat mich niemals fallen lassen. Und er hat immer dafür gesorgt, dass ich ein Dach über dem Kopf, ein Bett und was zu essen auf dem Tisch habe. Und ich glaube, wenn du deiner göttlichen Bestimmung folgst und das tust, was Gott von dir will, dass du deiner Bestimmung folgen, dann wirst du immer beschützt sein. Vielleicht wirst du nicht der reicheste Motherfucker sein. Vielleicht wirst du nicht der mit den fetten Ketten sein und dies, das, blablabla. Aber du wirst immer genug bekommen, dass du leben kannst. Und dann ist es auch ein Test. Bist du dankbar dafür? Gibst du dich mit dem zufrieden, was Gott dir gibt? Oder nicht? Weißt du? Und ja, ich gehe lieber diesen Weg und bin wahrhaftig, ehrlich zu mir selber, kann mir in den Spiegel gucken und kann mir sagen, ja, ich folge dem, was mein Herz mir sagt und habe dann vielleicht nicht die Millions auf dem Konto. Weißt du? Nix seid ihr zu gebrauchen, Alter. Bewegt gar nix, Alter. Verkauft irgendwelche Produkte an euren Fans, Alter, und vergiftet sie und die glauben euch noch, weil ihr deren Idole seid. Pah, Alter. Was soll ich von euch halten, Bruder? Ja, was soll ich sagen? Ich würde niemals mit euch in einer Bubble schwimmen wollen, niemals würde ich mit euch abhängen wollen oder mich mit euch irgendwie abgeben oder ich würde nicht mal ein Foto mit euch machen wollen. Nichts, nichts dergleichen. Ich würde nicht mal wollen, dass ihr über mich redet, weil ihr einfach Opfer seid. Oh Mann, Alter. Naja, macht, was ihr wollt, Freunde. Bruder, heftiger Realtalk. Ja, sollen wir noch weitergucken oder reichst bis hierhin? Ich kann euch sowieso nichts... Jeder macht am Ende, was er will, ja. Viele hören sowas, sind für 10 Minuten motiviert und eine halbe Stunde später machen sie genau denselben Scheiß. Was soll ich euch sagen? Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, guckt in den Spiegel. Wenn du es schaffst, länger als 10 Minuten im Spiegel in deine Augen zu gucken, dann erkennst du dich selber. Probier es aus. Versuch 10 Minuten in deine Augen zu sehen und du wirst es nicht schaffen. Weißt du, warum? Weil du dich schämen wirst. Ist so. Es ist Facts. Es ist eine harte Challenge und das ist auch eine sehr wichtige Sache. Die ersten Male, wenn du dir länger in die Augen guckst im Spiegel, wirst du merken, wie du es nicht kannst und daran merkst du, dass du disconnected bist von dir selber und das sollte jeder von uns trainieren, weil du lebst in dir und wenn du dir selber nicht in die Augen gucken und in den Spiegel gucken kannst, dann hast du ein Problem, Bro. Und dann musst du das trainieren und dann musst du die Dinge auflösen, die dafür sorgen, dass du dir nicht in den Spiegel gucken kannst. Weißt du, wichtig. Sehr viele. Wirst dich schämen, wirst du dich. Weil dann wird dir erstmal bewusst, was du bist, wer du bist, für was du stehst. Hast du schon mal ausprobiert, zehn Minuten in dein Auge zu gucken? Ich glaube nicht. Probier das mal. Check it out. Und spart euch bitte diese Flaggen mit Free Palestine, Free Diesel. Timura schreibt, er hat mit allem recht, aber er erwartet zu viel vom Menschen. Das macht ihn auf Dauer, auch auf Dauer kaputt. Weiß man nicht, Bro, wie er, wie seine Art und Weise damit umzugehen ist, so weißt du. Vielleicht tut es ihm gut, so das rauszulassen, weißt du, auf die Art und Weise. Vielleicht kann er das dann danach loslassen, so weißt du. Vielleicht braucht er das. Ähm, ja. Ich weiß, was du meinst. Also ich zum Beispiel habe gar keine Erwartungen an Menschen. Ich versuche mein Bestes zu geben für mich und mein Leben und versuche so viele Menschen wie möglich zu inspirieren und wenn es funktioniert, funktioniert es, wenn nicht, ist auch okay. Free Libanon, Free Das, Free Gaza, Free blablabla. Leute, spart euch diesen Bullshit. Das macht ihr nur für euer Gewissen. Macht lieber euer Mund auf, anstatt irgendwelche Flaggen zu posten. Punkt. Man will euch reden hören. Man will wissen, wie ihr denkt, wie ihr fühlt und nicht wie eine Flagge postet ihr Heuchler. Auch an die andere Seite. Ich küss deine Herz, Bruder. Aber reicht jetzt an der Stelle? Für alle Leute, die das noch weiter gucken wollen, zieht euch das rein. Das ist auf jeden Fall ein mieser Realtalk gewesen. Geht eine halbe Stunde, 17 Minuten, reicht an der Stelle. I love you. Schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Ich habe ja meinen Senf da schon zu abgegeben. Ich versuche immer den Leuten zu sagen, lasst euch nicht auf die Palme bringen von dieser Entwicklung, so weißt du. Behaltet die Liebe in euch, behaltet die positive Energy in euch und lasst euch von diesem ganzen Shit, der in der Welt passiert, nicht unterkriegen, weil am Ende des Tages Gott ist groß. Alles, was passiert, passiert aus einem Grund. Und unsere Challenge ist, trotzdem in der Liebe, in der Mitte zu bleiben und uns von dieser ganzen Scheiße nicht zu krass beeindrucken zu lassen. So weißt du, das ist für mich das Ultimative, so dass du in deiner Mitte ruhst und akzeptierst, wie es ist. So. Und wenn du was verändern möchtest, fang bei dir selber an und erwarte nichts von irgendeinem anderen Menschen, so. Dann wirst du nur enttäuscht. I love you. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. Sky. I like that, man.